Martin reist durch die Zukunft. Komm jetzt Martin, schnell! Aus dem Auto konnten Dr. Connes, der Hund Uwe und Martin die Erde sehen. Plötzlich entdeckte Martin ganz böse Menschen auf der Erde. Ein Glück. Es gibt auch freundliche Menschen da unten. Martin verkleidete sich und sagte, Martin erzählte einen Witz. Fritzin sagt, kann ich bestraft werden für etwas, was ich nicht getan habe? Natürlich nicht, sagt der Lehrer. Welcher Glück, sagt Fritzin. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Die bösen Menschen mussten dermaßen lachen, sodass sie zu glücklichen, freundlichen Menschen wurden. Erfolgreich reisten Martin, Dr. Connes und der Hund Uwe wieder zurück ins Jahr 2020. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.